Ja, grüß Gottle, hey, in dem Video habe ich aber richtig was riskiert und ich wusste selber nicht, ob ich damit durchkomme oder nicht, oder wie es... Also, schaut es euch einfach an, es ist sehr, sehr witzig geworden. Gute Folge. Ich habe mir dann erst kurz überlegt, ob ich einen Martino umprügel und dann auch rauswende. Ja, das wäre vielleicht gar nicht dumm gewesen. Mikrofon muted. Alright. Jetzt machen wir wieder eine Hardcore-Imposter-Runde, würde ich sagen. Ich will ein bisschen weg von Axley. Zwei Imposter auf dem Haufen ist irgendwie immer ein bisschen weird. Da oben jetzt einer steht, den mache ich weg. Jetzt hier mal Clean-O2-Filter. Tun hat es ab. Aber letztendlich... Was sind denn die alle? Okay, Lights sind schon mal aus, das ist gut. Lights sind wieder an. Oh shit. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem Piff schon wieder. Toll, wo war er? Wie ist er gestorben? Joko im Electric-Kill und merkwürdigerweise kam Kai mir entgegen. Hä? Nein, Axley war ja auch drinnen, ne? Ich bin auch rausgelaufen hinter dir. Ja, ich bin rausgelaufen. Du bist so langgelaufen, Axley? Über Lower Engine, Hoch-Upper Engine. Ja, ich nach Storage. Ich glaube, mir kam auch Kai in Storage entgegen. Ich kam nämlich von Communications. Das ist auch richtig so. Warte mal, die Frage ist, wo genau lag denn Joko? Joko lag genau da, wo man das Licht wieder anmacht. Ich würde sogar so weit gehen, dass er das Licht noch angemacht hat. Nein, Axley hat das angemacht. Wenn Axley das angemacht hat, dann hätte sie die Leiche sehen müssen. Und Kai kam nicht erst, ich sage mal jetzt mal, bei Storage raus beim Gang, sondern fast vor Electrical kam mir entgegen. Also ich wäre dafür, dass es Kai ist. Kann ich mal was sagen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Kann ich mal kurz was sagen? Ja. Falls ich es gewesen sein sollte, das Licht ist ja angegangen. Aber ich bin vor Axley rausgegangen. Das hat Axley gerade eben sogar bestätigt. Ich habe das doch so auch gesagt. Ja, deswegen sage ich ja, du hast es gerade bestätigt. Ich bin von den Lichtern weg, weil ich Angst hatte, dass mich Axley wieder tötet. Wenn ich dann wieder das Licht kriege. Ich bin vorher mit Barney rumgelaufen ganz am Anfang und da hätte ich dann auch schon easy weggeschneitzelt können. Ja, aber wolltest du nicht, weil du dachtest, ach Barney, der Arme, den... Ja, nicht schon wieder. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich Axley nicht gesehen habe. Wenn, dann ist sie so knapp um die Kurve rum, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Ja, das wird wahrscheinlich auch falsch sein. Und wo war Barney und Max? Ich stand in den Camps und mir ist tatsächlich Kai auch Lower Engine entgegengekommen, als ich die in die Richtung bin. Kai? Kai, wenn du sagst, Axley ist nach dir. Kai sagt doch, Axley ist nach dir raus. Ja, weil Kai ist zu hundertprozentig Storage. Ja, also ich kann nur sagen, dass ich halt als letztes rausgegangen bin. Also als erstes rausgegangen bin. Als erstes oder letztes, entscheide ich mal. Als letztes und Axley hat das sogar bestätigt. Also wie gesagt, mir kam Kai auch in Storage entgegen. Ja, mir auch. Ich kam von Communications. Vielleicht noch Sepidbot. Auch möglich. Das kann auch sein... Oh, Marzi, das ist schlau. Ist hast, Marzi. Du auch. Und Axley auch. Oha, du auch. Und Sam auch. Hilf mir auch. Ich bin der Oberlin, genau dabei. Okay, also Kai... Kai, Sam, Axley... Axley läuft immer irgendwie ein bisschen mit mir rum. Das finde ich nicht so gut. Jetzt mal hier. Divert Power. Rit. Rit. Diff steht hier im Reichenraum. Ist jetzt schon geldlos? Ist halt meine Chance gewesen. Das ist mal. Das ist mal. Diff steht. Das ist ja. Das ist ja. okay liegt vor securities wie für versions gerade entgegengelaufen wo wir runde sind ich war das mit marcy zusammen marcy war wie ich es letztes mal gesehen als ich elektrischer war da der task mit mir gemacht und dann kam exe rein als ich aus elektrischer raus bin security in piffel und ich sind gerade von security richtung elektrischer gelaufen und dann sind uns zwei entgegengekommen marcy und wer noch also ich war gerade ganz recht die drei sind uns entgegengekommen okay und marcy liegt da jetzt tot aber warum bist du mit mir von security runtergelaufen an elektrischer vorbei und auf dem weg zur deutsch hast du gedacht ah ich gucke ich laufe doch noch mal nach oben deine task schon fertig ich habe noch nicht mal angefangen ja weil ich das das war das einzige was ich ein bisschen suspekt fand dass er halt das steht immer in cams gell dachte ich mir vorher auch schon warum ich aus security raus bin weil es licht aus war ich dich in der kamera sehe und du in security reinmarschiert dann bin ich mal einfach von dir weg gerannt und dann bist du elektrischer rein und ich gehe gerade wieder hoch da war das licht schon lang aus ja ich bin in security rein da ist das licht wieder angegangen und dann bist du raus bist einmal komplett runter spaziert und da steht auch da laufe ich da vor dir weg dann bist du elektrischer eingebogen und ich bin wieder zurück ja aber das macht ja gar keinen sinn in security nach unten zu laufen und dann also ich sage jetzt was ich denke entweder von meiner seite aus es ist axli oder es sind piff und max und die diskutieren es gerade so lange zusammen um einfach von sich abzulenken das wäre nicht dieses meta gameplay wo wir vorhin hätte machen können auch das wäre nicht so gut wenn genau die zwei gleichen noch mal wären aber wer waren vorhin bei dem kill wo marzi denn soll du self report wer war da noch mal das sass kai und xli und ich und xli ist jetzt schon wieder xli ist jetzt schon wieder sass schwer weil ich meine ja aber der killer der imposter kann auch gewendet sein du bist aber die zwei sind halt entgegen gelatscht ja keine ahnung ich habe die schon aufgabe gemacht im vergleich zu max ich würde am liebsten selbe jetzt weg machen weil sam ist irgendwie gar nicht sass bisher so piff und max sind gerade so ein bisschen gegenseitig im sass sam kommt runtergelaufen wer hat jetzt noch wie viele tasks ich habe keine drei drei ich habe auch noch ein paar ich habe nur noch admin eigentlich weil max steht schon wieder an der cams und die tasle ist schon relativ voll ich finde es halt auch faszinierend das reaktor mir alles sprintet von rechts meine fehlen noch komplett max steht in security drin und bewischt ist der letzte der in reaktor ankommen ich bin überhaupt nicht aus der kamera raus und auch nicht in reaktor rein du lügen wollt ja eben das war ich ja ja wenn du in security stehst kannst du ja echt zu reaktor rüber eigentlich ich bin von ich bin von weapons rüber ich weiß piff und sam sind die ganze zeit zusammengelaufen und sind kurz nach atmen rein und da dachte ich jetzt gucke ich mal wer aus atmen wieder rauskommt und wer nett ich habe bei store range gesehen wir sind zum reaktor gelaufen zu drücken ja sag ich ja und davor sind die von oben runter zu atmen rein und dann wollte ich gucken ob einer von beiden nur noch alleine rauskommt aber sie kamen beide raus in der zeit ist aber lama schon in reaktor gewesen und ich meine mit kai habe ich gemacht und dann kann man alles an geraten ich wollte gerade sagen ich kam halt zu spät weil ich gerade drüben in weapons war ja aber wenn du tasks machst dann war die runde halt vorbei max so also das prinzip warum du sie nicht machst ist das was ich auch nicht so ganz wir sollten mal jetzt gucken dass man halt einfach unsere emergency durch mache wir können wir können ja max rausvote entweder der höchste imposter oder er ist gar nicht bekannte das ja das ist so war oder er steht als geist die ganze zeit in der cam raus habt dann noch zwei imposter die machen ein double kill und ihr seid komplett am arsch wenn ich die tasse schnell genug fertig kriegt die optionen habt ihr doch mal wir noch sechs leute sind ich glaube barney ist es tatsächlich noch dabei wenn wir jetzt einen raus wurden ist dumm ach so ja wir sollten auf jeden fall zeitnah also jetzt europa dass man den nächsten emergency ball dann bevor um den kill cooldown zu reset punkt aus und dann können sie es gar nicht mal einig machen weil mir noch zu eigentlich wenn max ein task macht ich tanke in slow engine und renne danach direkt zur emergency das sollte reichen von der zeit her ist doch gar nicht wehnt weil jeder jeden verdächtig das ist ein bisschen schwierig ich sag exilisch das würde ich auch sagen als imposter ach das ist echt schwierig mit dem kill cooldown alter blätter raus ich habe jetzt meine tasks fertig fertig da steht jetzt max und pf auf jeden fall auf meinem pf ist jemand gestorben das ist jetzt natürlich blöd weil ich hätte gern gewusst wo kai liegt ach so das war ein emergency ja das war ein emergency tendenziell könnte es durchaus sein dass max noch keine tasks gemacht hat weil wenn wir alle jetzt doch jetzt habe ich gemacht gerade die task leiste ist da ist noch genug luft dass vielleicht einer noch ein paar tasks offen hat weil ich bin jetzt fertig lama sagt er ist auch fertig ich habe noch eine medbay das ding abhole ich bin jetzt auch fertig ich muss noch zweimal kabel in electrical 1 da weiß ich aber noch nicht was weil da bin ich gerade schreien gelaufen als der emergency aber theoretisch sollten wir jetzt halt voten dafür müssen wir voten also ich habe halt sam gesehen bei reaktor und ich habe lama gesehen lower engine ja genau das hat mir gerade bei den gegen kommen ich habe genau das gemacht was die ganze zeit irgendwie saß also von ja tatsächlich das habe ich auch gewordet ja ich will max weil du hast mich vorher einfach ich fand halt max irgendwie schon auch mit seinen security ding aber ex halt auch nicht so sondern weil du mir piffel entgegen gekommen bist und marzi dann komischerweise drei meter später total ich bin doch auch hochlaufen richtig wen macht ihr ich habe exley gemacht exley max werden massage piffel ne piffel exley also dann gehen wir sam was machst du ich würde jetzt tendenziell auch auf exley gehen weil so oft wie ich jetzt licht angemacht habe weil ich in der nähe war ich hätte immer wenn weg holen können ja cool war ja war falsch tut mir leid gut gespielt max das sagt sie irgendwie jedes mal tut mir leid dann müssen wir halt emergency max Guten Tag. Hallo. Wenn wir jetzt einen Falschen rausbauten, der auch kein Imposter war, dann ist es einfach komplett vorbei. Noch ist nicht klar, dass es Exley war. Ja, das ist nicht klar. Es ist auch nicht klar, ob Max es ist oder nicht. Ich würde jetzt, wie gesagt, Max, die Story erst mal glauben, einfach weil die Taskleiste dafür, dass wir alle anderen eigentlich so gut wie durch waren, noch relativ viel Platz, also viel Luft hatte. Dann hätte man doch vorhin Woldes, weil jetzt stehen wir genauso da wie vorhin und jetzt hat er seine Task in Ruhe völlig machen können. Wenn er wirklich... Richtig. Jetzt rennen wir eigentlich nur den Task hinterher. Dann rennen doch einfach mir hinterher, dann siehst du es. Weil wenn ich durch bin, ist es vorbei. Gut, aber wenn du es nicht wärst, wer soll dann der andere sein? Bitterbar. Was? Irgendein Imposter muss jetzt hier nachher noch offensichtlich rumpimmeln oder zwei. Mindestens einer, ja. Ja, ich könnte mir aber tatsächlich, ohne jetzt besonderen Grund zu nennen, Barney vorstellen, weil er eigentlich immer nur irgendwie Zuspruch hat. Ich hab auch das Bauchgefühl auf Barney. Und dann tatsächlich gerade eben die ganze Zeit gefragt hat, ja, wen voten wir, wen voten wir? Ja, weil... Ja, das vollkommen gut. Bevor wir nachher geskippt hätten, weil es ein Teil geworden wäre, weil halt der Hälfte Max, Hälfte... Dass Axelie und Max auf jeden Fall voten. Wir können jetzt... Ja, ja, schon, aber bevor jetzt drei Max und drei Axelie gevotet hätten, hab ich lieber gefragt, wen voten wir zuerst so? Wir können jetzt pokern, weil die haben Cooldown. Hä? Check's nicht. Also prinzipiell ist halt so, dass Sam, Lama und ich, äh, nimmer emergencyen können. Das heißt, entweder müssen wir einen von den hinter zwei rausholen, äh, oder... Oder die beides sind Imposter und nachher jetzt easy win. Ja, wen voten wir? Das kann natürlich auch sein. Ich geh jetzt für Max, weil wir vorhin mit Axelie auch schon... Ich bin bei Barney. Ich hab' uns zu spät gebotet. Ihr seid Idioten. Komplette Vollidioten. Ja gut, äh... Ich hab' uns zu spät geboten. Ich hab' uns zu spät geboten. Ja gut, ich würde sagen, es ist Barney, bin mir da nicht ganz sicher, aber der hat gerade Sam vor mir gekillt, also würde ich sagen, es ist Barney. Mhm. Ich habe zwar gerade die Leiche noch umfliegen sehen, aber ich war ja schon raus aus dem Stack. Also keine Ahnung, was das jetzt gerade für eine Nummer ist. Kommt jetzt schon. Wer war das gerade? Lama hat gesprochen, oder? Ich habe gesprochen, ja. Ich war ja schon wieder rechts. Ich habe zwar die Leiche auch noch umfliegen sehen, aber dann hast du reported zwar, ja. Aber ich war ja schon wieder raus aus dem Stack. Ja, und ich bin stehen geblieben, um zu reporten, weil du kannst ja dann relativ schnell weiterlaufen. War Piffel auch da? Hast du Piffel gesehen? Ja, verstanden. Piff ist eh so ruhig. Ja, ich war auch da, aber ich überlege gerade, wer von euch zwei da geschnitzelt hat. Mhm. Ja, einer von uns drei muss es ja jetzt gewesen sein. Aber jetzt mal ehrlich, Piff sagt einfach gar nichts dazu. Ja, also... Ist schon auch sass. Also in der Theorie, wenn er da stand, will er jetzt vielleicht auch einfach nur, dass ich dich verdächtige. Ich habe es einfach nicht hundert Prozent gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gesehen, dass neben mir eine Leiche umfliegt. Aber ich bin gerade schon wieder nach rechts gelaufen, dann sehe ich die Leiche noch umfliegen. Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt... Ich habe euch beide dann, aber nachdem Piff gar nicht redet, irgendwie gefühlt. Ich meine, Lama gut schießt direkt gegen mich, ist natürlich auch geil. Aber ich war ja eh gerade schon sass, warum auch immer. Ich habe gerade tatsächlich gesehen, ich bin mit Sam noch runtergelaufen zu Leitz. Wir sind relativ zeitgleich gelaufen. Aber Piff war dann kurz hinter uns nur. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht mache ich jetzt... Egal, für wen ich mich jetzt entscheide, das ist wahrscheinlich eh falsch. Also... Verkacke ich es jetzt. Aber... Einer von euch beide muss es sein. Ja. Das liegt auf der Hand. Also... Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Lama schießt direkt und Piff sagt nichts. Was hast du jetzt gevotet, Piff? Ich habe dich gevotet, weil mir letzte Runde schon irgendwo bei dir war. Ja, dann ist es Piff. Alter. Dann ist es Piff. Schwätzt nichts und votet einfach jetzt direkt, instant nicht. Das war falsch. Ich habe auch Piff gevotet. Oh Gott, Lama, du bist so eine Hohlbierne. Jetzt glaubst du... Letzte Runde waren wir bei Barney und jetzt... Du bist so ab... Ja, du warst aber grad wirklich so ruhig. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ja, na... Schlepp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Voten doch einfach nicht! Uhhh! Woten doch einfach nicht und wartet. Eine Sekunde, bis ich den Carsten schaffte ich habe. Alter! Uhhh! Oh Mann! Woten doch einfach nicht! Uhhh! Der hat cooldown und ich brauche noch einmal den Motor einstellen. Das war's! Ich habe einfach gedacht, scheiß drauf, jetzt stehen wir da alle im Ding rum. Ich mach jetzt das Ding. Richtig gut.